Heute beantworten dir Studierende aus dem Studiengang integriertes Sicherheitsmanagement die Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt. Wie erstellt man ein Sicherheitskonzept? Sicherheitskonzept ist ja nicht Sicherheitskonzept. Wir verwenden im Deutschen das Wort Sicherheit. Es wird aber unterschieden zwischen Safety und Security. Das heißt, was ist die Intention dahinter? Die Arbeitssicherheit oder der Schutz einer Sache? Wenn ich jetzt so an Objektschutz denke, wenn ich jetzt einfach ein Unternehmen habe, wo ich Patente sicher verwahren muss, dann brauche ich einfach ein gescheites Konzept, beziehungsweise nicht nur das Konzept, sondern auch die Umsetzung. Es ist für uns aber auch wichtig zu wissen, wovor soll man schützen? Das heißt, in erster Linie geht man dann her und identifiziert mal die Bedrohung oder die Gefährdung. Welche Werteanlagen habe ich? Wie schütze ich das am besten? Und nicht nur jetzt sehen, dass ich das irgendwo in einen Tresor rein tue, sondern was muss der Tresor erfüllen? Was muss die Räumlichkeit erfüllen? Wie schütze ich das ganze Anwesen? Wie lange braucht die Polizei her? Und dann versucht man ein bisschen zu mappen, wo man sagt, okay, weil wer alles schützt, schützt nichts, sagt man eigentlich im Fachbereich. Dementsprechend passe ich einfach den ganzen Schutz an. Brauche ich einen Perimeter-Schutz? Muss ich einen Zaun erfüllen? Brauche ich Sicherheitskameras oder was auch immer? Und wir müssen dann natürlich Schwerpunkte legen, weil das ist ja auch eine Kostenfrage. Wenn man das in der Privatwirtschaft oder auch in einer anderen Organisation implementieren will, dann kann ich natürlich in einer theoretischen Projektarbeit das höchste Schutzlevel ansetzen und alles schützen. Geld spielt keine Rolle, und Zeit, Aufwand, Personal, alles keine Rolle. Das ist natürlich in der Praxis ein bisschen anders. Und da hat man quasi auch ein super Handwerkzeug mitgekriegt, das man dann in einem Praxisprojekt umgesetzt hat, wo man jederzeit nachschauen kann. Und das ist eigentlich eine feine Sache, weil dann habe ich schon ein gutes Konzept. Und da ist es natürlich immer ganz wichtig, ein bisschen den Fokus vorher einzudämmen und nicht zu sagen schützen, sondern wovor, was und in welcher Form.